Hast du schon mal so erschöpfte und geschwollene Füße gehabt, dass selbst das Hinsetzen keine richtige Erholung brachte? Du bist nicht allein. Das passiert öfter, als man denkt. Doch viele wissen nicht, dass man mit einfachen Tricks schnell Abhilfe schaffen kann. Heute verrate ich dir vier Hausmittel, die deine Füße im Handumdrehen entlasten. Und der letzte Tipp? Der wird dich überraschen, denn kaum jemand kennt ihn. Lass uns rausfinden, wie du deinen Füßen etwas Gutes tun kannst. Sie werden es dir danken. Bevor wir loslegen, sollten wir verstehen, was in deinen Füßen passiert. Schwellungen entstehen nicht einfach aus heiterem Himmel. Sie haben immer eine Ursache. Wenn du weißt, woran es liegt, kannst du gezielt handeln. Ein häufiger Auslöser ist Wassereinlagerung. Der Körper speichert dabei Flüssigkeit, die er eigentlich nicht braucht. Und rate mal, wo sich das gerne sammelt. Genau in deinen Füßen und Beinen. Gründe dafür können eine schlechte Durchblutung, Probleme mit den Nieren oder zu viel Salz in der Ernährung sein. Ein vermeintlich harmloser Snack kann hier zur heimlichen Fußfalle werden. Auch eine mangelhafte Blutzirkulation kann dicke Füße verursachen. Wenn das Blut nicht mehr richtig fließt, bleibt es in den unteren Extremitäten stecken. Das passiert besonders, wenn du viel sitzt oder lange auf den Beinen bist. Kennst du diese Tage, an denen du abends das Gefühl hast, deine Füße hätten die Größe von Ballons? Genau das ist der Effekt einer gestörten Durchblutung. Hitze verschlimmert die Lage zusätzlich. An heißen Tagen weiten sich die Gefäße und Flüssigkeit tritt ins Gewebe aus, der perfekte Nährboden für Schwellungen. Natürlich können auch ernstere Probleme wie Herz- oder Nierenerkrankungen die Ursache sein. Wenn das bei dir öfter vorkommt, lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Aber keine Panik. Die Tipps, die gleich kommen, machen einen spürbaren Unterschied. Versprochen. Erkennst du dich in diesen Szenarien wieder? Dann bleib dran, denn die folgenden Tricks helfen dir dabei, deine Füße auf ganz natürliche Weise zu entlasten. Jetzt, da du die Auslöser besser verstehst, wird es Zeit für praktische Lösungen. Und keine Sorge, ich werde dich nicht mit nun acht, fünfzehn Ratschlägen langweilen. Hier geht es um einfache, aber richtig effektive Maßnahmen. Der erste Tipp, hoch die Füße. Klingt banal, macht aber einen riesigen Unterschied, wenn du es richtig machst. Das Geheimnis liegt darin, die Füße höher zu positionieren als dein Herz. So kann das gestockte Blut zurückfließen und die Durchblutung wird verbessert. Nimm dir ein paar Kissen, leg sie unter deine Beine, lehn dich zurück und genieße den Effekt. Es dauert nicht lange und du wirst die Erleichterung spüren. Der zweite Trick ist genauso simpel wie genial. Fußkreisen. Ja, richtig gehört. Indem du deine Füße in kleinen Kreisen bewegst, regst du die Durchblutung an und bringst Schwung in die Sache. Das Beste daran, du kannst das gemütlich beim Fernsehen oder entspannen machen. Einfach die Füße erst in die eine Richtung drehen, dann in die andere. Fertig. Deine Füße werden es dir danken und du hast nebenbei etwas Gutes für dich getan. Ein todsicherer Weg, die Durchblutung in Schwung zu bringen und geschwollene Füße zu entlasten. Kalte Kompressen. Einfach ein paar Eiswürfel schnappen, in ein Handtuch wickeln und auf die Füße legen. Die Kälte zieht die Blutgefäße zusammen und wirkt wie ein Sofort-Reset für deine Schwellungen. Aber hey, keine Heldenaktionen. Pack das Eis nie direkt auf die Haut, sonst riskierst du mehr Drama, als du brauchst. Stundenlang sitzen oder stehen? Lass das lieber. Wenn du keine Elefantenfüße riskieren willst. Beweg dich zwischendurch. Ein paar Schritte oder leichte Dehnübungen wirken Wunder. Dein Blut fließt wieder wie ein Fluss im Frühling und die Schwellung hat keine Chance. Was du außerdem dringend brauchst? Schuhe, die sich anfühlen wie eine Umarmung. Enge, drückende Treter blockieren die Durchblutung und machen alles schlimmer. Wähle stattdessen Schuhe mit weichen Sohlen, die deinen Füßen Platz zum Atmen lassen. Deine Zehen werden es dir danken. Und denk daran, trinken, trinken, trinken. Wasser, wohlgemerkt. Dein Körper braucht Flüssigkeit, um überschüssiges Wasser loszuwerden. Klingt komisch, ist aber so. Bleib gut hydriert und du wirst sehen, wie sich dein Wohlbefinden steigert. Jetzt kommt der Teil, auf den du gewartet hast. Hausmittel, die so simpel wie genial sind. Schnapp dir eine Notiz-App oder halt den nächsten Stift bereit, denn diese Tricks sind pures Gold. Nummer 1 auf der Liste? Das gute alte Epsom-Salzbad. Reich an Magnesium und Schwefel, ist dieses Salz der beste Freund müder Füße. Stell dir vor, du kommst nach einem langen Tag nach Hause, deine Füße schreien nach Gnade und dann gönnst du ihnen dieses Wunderbad. Entzündungen? Weg. Durchblutung? Check. Muskeln? Tiefenentspannt. Und so geht's. Fülle eine Schüssel mit warmen Wasser, nicht kochend heiß, wir wollen keine Fußsuppe, und löse eine halbe Tasse Epsom-Salz darin auf. Dann ab mit deinen Füßen ins Wasser, für 15 bis 20 Minuten. Während du da sitzt, ziehen die Mineralien ein und deine Schwellung löst sich praktisch in Luft auf. Das Beste daran, es funktioniert nicht nur, sondern fühlt sich an wie ein kleiner Spa-Moment zu Hause. Seit Generationen ein Geheimtipp und jetzt bist du im Club der Wissenden. Für noch mehr Entspannung kommt die Kamillenkompresse ins Spiel. Nein, Kamille ist nicht nur für Tee vorm Einschlafen. Ihre entzündungshemmenden Kräfte machen sie zur Heldin geschwollener Füße. Alles, was du brauchst, sind zwei Teelöffel getrocknete Kamillenblüten. Gieß eine Tasse heißes Wasser auf, wirf die Blüten hinein und gönn ihnen etwa 10 Minuten, um ihren Zauber wirken zu lassen. Jetzt kommt der Clou. Schnapp dir ein sauberes Handtuch, tauch es in den Tee, drück die überschüssige Flüssigkeit raus und leg die warme Kompresse für 15 Minuten auf deine geschwollenen Füße. Voila, dein Mini-Spa-Moment für zu Hause. Während die Kamille ihre Magie entfaltet, merkst du nicht nur, wie die Schwellung abklingt, sondern tauchst auch in eine Tiefenentspannung ab. Der sanfte Duft, ein Bonus, der das Ganze noch himmlischer macht. Achte nur darauf, dass das Wasser warm bleibt, aber nicht so heiß, dass es an Folter grenzt. Diese einfache Methode wirkt Wunder bei Entzündungen und ich wette, nach einem Test wirst Du sie lieben und öfter nutzen. Wer sagt, dass Self-Care kompliziert sein muss? Lavendelölmassagen? Oh, das ist nicht nur Wellness, das ist pures Gold für Körper und Seele. Falls Du noch nie in den Genuss gekommen bist, schnall Dich an. Das ist die Definition von Entspannung. Lavendel riecht nicht nur fantastisch, sondern ist auch ein echtes Allround-Talent mit beruhigender und entzündungshemmender Wirkung. Kombiniert mit einer Massage? Absolute Perfektion. Alles, was Du brauchst. Ein paar Tropfen ätherisches Lavendelöl und ein Basisöl wie Kokos oder Mandel. Misch etwa 3 bis 5 Tropfen Lavendel mit dem Basisöl. Und Voila, deine Zauberformel für entspannende Massagen ist fertig. Jetzt der beste Teil. Massiere Deine Füße sanft mit dieser Mischung. Nimm Dir ein paar Minuten und arbeite in kleinen, kreisenden Bewegungen von den Zehen bis zu den Knöcheln. Diese Technik kurbelt die Durchblutung an, drückt die Schwellung in die Flucht und schenkt Dir ein federleichtes Gefühl. Bonus? Lavendel sorgt nicht nur für entspannte Füße, sondern auch für einen entspannten Kopf. Perfekt, um den Alltag abzuschütteln und mit frischen Füßen in neue Abenteuer zu starten. Klingt schnell, einfach und das Beste? Es wirkt sofort. Kein Grund mehr, sich diese Wohltat zu verweigern. Hast Du schon mal daran gedacht, Apfelessig als Fußretter einzusetzen? Nein? Na dann schnall Dich an, denn dieses Hausmittel ist der absolute Joker. Apfelessig, der Held mit entzündungshemmenden und antioxidativen Superkräften, ist wie gemacht für Tage, an denen Deine Füße Hilfe schreien. Und es ist kinderleicht. Mische eine Tasse Apfelessig mit zwei Tassen warmem Wasser in einer Schüssel. Danach tauchst Du Deine Füße 15 Minuten in diese Zauberlösung. Einfacher geht's nicht, oder? Aber die Wirkung ist spektakulär. Der Essig bringt den pH-Wert Deiner Haut ins Gleichgewicht und schickt die Schwellung auf Urlaub. Und der geheime Clou? Deine Füße fühlen sich danach nicht nur erleichtert, sondern auch herrlich erfrischt an. Fast, als hätten sie einen Mini-Kuraufenthalt hinter sich. Dieses unvergleichliche Gefühl von Leichtigkeit wird Dich begeistern. Es ist, als würde die Entspannung in Deinen Füßen starten und sanft durch Deinen ganzen Körper strömen. Und das Beste, Apfelessig kurbelt die Durchblutung an, wodurch Du das Problem direkt an der Wurzel packst. Keine Sorge wegen des strengen Geruchs, der ist schneller verflogen, als Du Apfelessig sagen kannst. Die Vorteile? Überwältigend. Du wirst schon nach der ersten Anwendung den Unterschied spüren. Das Tolle daran? Du brauchst keine exotischen Zutaten. Alles findest Du wahrscheinlich schon in Deiner Küche. Hörst Du Deine Füße schon nach Erholung rufen? Gönn ihnen die Power des Apfelessigs. Danach wirst Du nie wieder ohne eine Flasche im Haus sein wollen. Wusstest Du, dass dieser kleine Küchenheld so vielseitig ist? Wenn nicht, ist jetzt die perfekte Gelegenheit, ihn auszuprobieren. Gib ihm eine Chance und lass mich in den Kommentaren wissen, wie er Dir geholfen hat. Aber Vorsicht! Nur zuschauen bringt nichts. Wähle Dir ein oder zwei Rezepte aus und leg heute noch los. Deine Füße werden es Dir danken und der Wow-Effekt lässt garantiert nicht lange auf sich warten. Aber Moment mal. Das war noch nicht alles. Überleg doch mal. Wann hast Du Dir das letzte Mal bewusst Zeit für Dich genommen? Solche kleinen Wohlfühlmomente können Dein Leben echt aufpeppen. Also, pack's an. Probier die Rezepte aus und erzähl mir, welches Dein Favorit ist und welches ein fester Bestandteil Deines Alltags wird. Bevor Du jetzt abschaltest, habe ich noch zwei Schmankerl für Dich. Diese Videos helfen Dir auf Deiner Reise zu mehr Selbstfürsorge und Wohlbefinden weiterzukommen. Sie warten schon auf Deinem Bildschirm. Klick drauf, gönn mir ein Like und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Schließlich willst Du doch keinen weiteren genialen Tipp verpassen. Oder?